Wir sind wirklich neue Themen hochgekommen, ich habe neue Leute kennengelernt, das ist eigentlich das Wichtigste, weil Service hat ja immer auch mit Menschen zu tun und Menschen kennenlernen ist eigentlich das Wichtigste im Leben. Also ich muss sagen, der Abschluss mit dem Dr. Strunz, das war schon eine wirklich gute Show und da mal gucken, was davon persönlich hängen bleibt. Wenn man jetzt dieses persönliche Thema nimmt, auf jeden Fall, weil das ist schon sehr, sehr interessant, ob die Thesen, die er aufgestellt hat, alle richtig sind, das kann ich nicht beurteilen, aber ich werde mich da mal schlau machen. Und von dem geschäftlichen Teil werde ich sicherlich auch einiges davon mitnehmen, weil wir eben auch, also ich habe ja mit einigen Leuten hier gesprochen und ich hoffe, dass sich daraus auch geschäftlich was entwickelt. Das Thema Service ist immer so ein bisschen unterrepräsentiert und es verdient eigentlich mehr Aufmerksamkeit. Und heute habe ich wiederum gesehen, dass diese Aufmerksamkeit auch wirklich jetzt mittlerweile angekommen ist und das kann ich mitnehmen. Das ist gut so. Vielen Dank. Vielen Dank.